Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadiga. Oh nein, du kleine Mausi. Wir haben, hier haben, guck mal, die sieht schön aus, schau mal. Ist das ein Mädchen? Das ist ein Weibchen. Die da will ich. Die ist voll bunt. Wir warten jetzt auf den Mann, der hier arbeitet. Hallo, beißt du mich? Bist du zahm? Dann nehme ich dich auch mit. Nee. Guck mal hier, Schildkröte frisst unter dem Affenkämpchen Männchen. Ein Baby, 4.500. Leave me alone. Das sind King-Tauben, oder? Welche? Das sind King-Tauben. Ah, die King? Sind die so groß? Ja, die sind so groß. Guck mal hier, die sind auch gut. Ruby oder King, ich weiß es nicht. Und das sind Hochzeit-Tauben, schau. Ach, nein, ich habe einen Besuch, ich habe einen Besuch, ich habe einen Besuch. Ich habe einen Besuch, ich habe einen Besuch. Ich habe einen Besuch. Ich habe einen Besuch, 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 ich habe einen Besuch. Das ist toll. Mehr als 300 zahle ich nicht für einen Vogel, habe ich gesagt. Jalla Bina, Habib. Jetzt können wir wieder abgehen. Komm, schrei rum. Wir müssen die angespannte Aggression rauslassen. Wir machen jetzt die Aggressionen raus. Das ist immer schön ohne einen Mann. Man geht zur Apotheke und jetzt können wir glotzen. Oh, wie schön, 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 schön. Ich habe noch nichts gesagt, ich bin stolz auch nicht. Es hat mich aber auch noch niemand begrüßt. Du hast es nicht gehört, die reden schon. Seboona heißt, der Gast, die Gästin. Ausländerin? Nee, die Gästin. Seboona heißt Gast. Seboona heißt die Gästin. Siehst du, die habe ich gekauft. Ja, sel. Maschallah, mich halloz. Lissi. Kamel Kilo. Mango, Aschera. Aber die sind mich halloz. Schukran, 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 schukran. Meine, oh, die armen Hühner. Mein Sohn hat so eine grüne Mango gegessen, ganz gesichtvoller Ausschlag. Hier der alte Käse, denn mein Mann so liebt mit Würmer drin. Oh nein. Ach ja, so ist es. Guck mal. Wah, 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 wah. Was guckst du da? Was guckst du da? Ich bin eigentlich noch hier. Du, was guckst du? Es ist so lustig. Also, by the way, wir laufen schon seit zwei Stunden und ich habe keinen Rückenschmerzen. Die Magnuna ist die beste Medizin. Genau. Sag es euch, das sind wir wieder. Also, die waren doch schön, die Wellensittiche, gell? Die waren sehr schön. Super. Ah ja. Ich überlege, ob ich noch zwei mitnehme. Also, was du... Limetten. Limetten. Willst, brauchst du? Nein. Okay. Wolltest du nicht Stoff kaufen? Nein, brauche ich. Was brauchst du? Nein, hat es keine. Was brauchst du? Lipstite. Lipfee. Aber nicht hier. Warte mal. Nein. Sonnenblumenkerne heißt es. Ja, genau. So, gucken wir mal. Die sehen gut aus, die Weintrauben. Ja, die Leute, die mögen das immer so gucken, wie die arrangieren, die ihr Gemüse. Oder die Zwiebel. Das ist eine Attraktion. Ja, die blonde Schönheit. Hello. Hello, hello. Die kommt ja aus Köln. Hello, hello. Kommt aus Köln. Ich sag nicht. Anna ist Fähem. Anna ist Fähem. Genau. Anna ist Fähem. Du bist eine Frau. Fähem ist... Männer sagen Fähem. Frauen sagen Fähem. Ah, das kommt gut. Oh, das wird doch letztes Mal... Boah, das stinkt so hier. Komm, schnell. Ja, es war reich. Boah, boah, boah. Ich guck grad, wo die Lips sind. Wieder vor zwei Jahren Maske durch. Entweder hast du hier einen Arm abgesehen. Nein. Wachteln haben wir gesucht. Wachteln. Ja. Ich glaub, wenn wir jetzt hier hochgehen, dann kommen wir zu dem Wachtel-Shop. Ah, genau. Das war's. Wo, gucken mal. Fischi. Ne, das ist so ein Extra-Geschäft. Das weiß ich nicht. Ich kenn die drei. Mein Mann kauft immer alles. Weil alle, er gibt hier, essen meistens Sonnenblumen, im Auto, ein Essen, ein Snack. Ich weiß nicht. Mein Mann kauft immer gemischt. Ja. Guck mal, die Katze. Die ist aber dick. Ja, das sind Metzgerkatzen. Guck, die Metzgerkatzen. Du brauchst nicht den Katzenfüttern. Guck, die kriegen hier Fleisch vom Metzger. Hallo. Ganz frisch. Besser geht nicht. Ne? Oder ihr bitt. Das macht auch ein Idiot, aber das fehlt auch nicht. Ja, mach, mach. Guck mal. Wann hab ich gar keines gemacht? Ich bin schnell, schnell so zentrum. Hallo. Hallo, sagt sie. Sie sagt einfach hallo. Du bist so cool. Guck mal, du antwortest jedem. Ich kann es antworten für mich. Guck mal, da hängt der Kuhschwanz. Guck mal, der Kuhschwanz. Ich sehe die Ute. I, ui. Uuhu. Da hast du, guck mal, das ist, das ist der Kuhfuß. Kauara. Kauara. Und das sind die Därme, die du heute gegessen. Die hast du heute gegessen. Die betat Mombar. Die betat Mombar. Das hast du heute gegessen. Wenn man es weiss, dann ist die Auswahl sehr lecker. Das ist die guten Därme. Aber die sahen nicht schnittdreckig aus. Die sind gewaschen. Ja, ja. Ja. So. So was musst du ja vermachen und nicht machen. Was meinst du? Nee. Genau. Das ist ja voll übertrieben. Ja, genau. Ich mache eh nur, was ich will. Zur Zeit koche ich eh nur. Allahu Akbar. Ich kaufe eh, ich mache eh gerade nur viel Italienisch und Chili con carne. Der isst außerhalb. Ich habe genug gerade. Du hast leckere Kreuzen. Oregano und Basilikum. Danke schön. Das war der Hammer. Guck mal, die riesen Kartoffeln. Batates, Mascha Allah. Wie die Hand. Guck mal die an. Allahu Akbar. Oh, leckerer Ding. Batates. Ista. Die Affen haben auch gerne... Die Körner. Die Körner. Passt extra auf, was er blöd. Passt extra auf. Passt extra auf. Passt extra auf. Ganz schön. Und bei der Paprika auch. Nein, die lieben die Samen. Die mögen alle Samen. Sie sind extra im Zimmer. Schön. Stückchen für Stückchen. Alles ready gemacht. Und dann habe ich das noch hier gehabt. Dann haben sie die Hände. Hier das Richtige. Und hier die Körner. Dann haben sie mich die Körner weggenommen. Ja, bei mir auch zu Hause. In den Samen sind auch viele Vitamine. Für die Affen. Eigentlich wegen dem, der den Käfig putzt. Damit die nicht so noch mehr zu tun haben. Mehr Arbeit. Ich nehme auch immer die Kerne aus der Dattel raus. Bist du süß. Darum habe ich so viel Arbeit. Du, die lutschen an den Dattelfernen auch rum. Und beißen, bis sie sie aufkriegen. Ja. Ist auch Beschäftigung. Beschäftigung. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurück. Wir sind falsch abgebogen. Ja. Oh, schöne. Schöne. Sicher. Ich weiß nicht mehr, wo die Sonnenblumenkernen. obsession. Salamu Aleikum. Kem rube Kilo. Lipp rube Kilo kem. Wann ich auch schon montain, am liebkirchen? Sabatage runos? U kilo? Kilo? Schöne. Ah. Darf ich denn Kilo kaufen? Nein. Nein, Kilo ist zu viel. Ich esse ja nicht alle alleine. Aber die sind salzig, die Affen sind nicht gut für die Affen. Okay, dann mach ich. Nein, willst du für die Affen kaufen? Ich kann sie nicht aufmachen, ich schaff das nicht. Okay, und das? Nein, die sind auch mit Salz. Ach, mit Salz. Für die Affen kauft man ohne Salz. Die bin malch. Malch, viel Mineray malch. Mineray malch, viel Fulsa Dani. Mineray. Mineray. Mineray malch. Mineray malch. Mineray malch. Es hat nichts drin. Masch. Kilo. Die kaufen Kilo. Zucker. Masch. So, jetzt mach das auch rein. Okay. Jetzt haben wir gerade gefragt, wir brauchen einen Stoffladen. Betat Gummage. Gummage heißt Stoff. Jedes Jahr das selbst. Ich seh das nicht. Er meint ja das. Nein. Ist das Stoff? Nein. Schönen Tag noch. Die Frauen sind fast da. Ja. Masch. Masch. Habibi. Sagst du jetzt dem allem Schip-Schip? Das ist alles Schip-Schip. Alle solche Sandaletten oder Sportschuhe oder wie sagt man das? Schlappen sind Schip-Schip. Lausa macht Eisa Mahal Gummage. Footje. Sie sagen der Oberfläche. Schönen Tag noch. Na Sie Flaggen? Jawiedz macch. Sie sind geschaut bei mir. Es kommt hier. Da wird die Liebach nicht benötibilities. Vorsicht mit den Dicken. Wie für Stoffern und so? Jaㅋㅋㅋㅋ tema und so an etwas. Oh ja. Selam aleikum vielen Dank Ramadhan ja und wie in der Stadt 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 und in der Stadt in der Stadt hier Ja, genau. Schukran. Ich kann das. Jemin oder Jamal? Okay, schuf. Jetzt kommt der mit, jetzt haust du ihn an der Bache. Nee, der zeigt nur, der zeigt nur. Ah. Oh, komm dagegen. Oha. Zehn Minuten, Schukran. Zehn Minuten laufen. Wir haben sechs, wir sind so schnell. Was, sechs Minuten? Ich dachte, was meinst du jetzt? Nicht so laut sagen die Nummer. Spielst du? Ja, genau. Die sagt das Wort, was du gerade gesagt hast, so laut. Die Nummer, das kannst du ja nicht sagen. Heide, nein. Wir haben auch noch... Jalabina. Jalabina. Du bist echt Magnuna, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wie viel ist denn? Guck mal auf die Uhr. Ich kann nicht, wir müssen... Wir müssen uns ranhalten. Elf Minuten nach drei. Okay. Locker, locker. Jetzt fängt der Rücken. Genau, das ist Plastik. Warte, was ist das? Lalalala. Nee, das ist kein... Ist das nicht Schock? Also, mach halt gut. Guck mal. Ach, jetzt kommt er wirklich. Heide, nein. Du hast gesagt, jetzt hast du ihn an der Backe. Ich hab gesagt, der zeigt nur. Ich bin immer naiv. Hamdula, nimm du denn, ich hab keine Zeit. Ewa. Er spürt das Geld fliessen. Deswegen das Geld. Mein Telefon wird zu heiß nach der ganzen Zeit. Wir haben 45... Ja gut, jetzt sind sie ein bisschen kühler, gell? Nicht so heiß wie vorher. Hallo. 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 Ich hab nicht gewohnt. Nur hallo gesagt. Na gut. Oh. Ausnahmsweise. Guck mal, die Perücke. Oh, das sind aber drahtige Haare. Die müssen mal... Eiser... Furschit. Die müssen gekämpft werden. Hallo. Hallo, wer immer... Sweetie. Yes. Ayo, besabt sei die. Habibti. Komm, pass auf, die überfahren dich noch. Ich bin hier. Ich muss auf dich aufpassen. Nein, dich hätten sie vorhin fast überfahren. Ja. Wer mit dem Motorrad? Heide, nein. Zehn Minuten laufen. Jetzt merke ich meinen Rücken, wenn man so schnell läuft. Ja gut, wir sind schon über zwei Stunden unterwegs. Ja, stimmt. Das natürlich. Ja gut. Für das bin ich ein junger Hund. Genau. Junger Spund. Hm? Shukran. So viele Dings rum und da. Nein, nein. Jetzt muss ich kurz Pause machen mit dem Filmen. Wir haben Stoff gekauft. Aber richtigen Stoff. Wir kaufen Stoff, gell? Für deine Mutter. Ist deine Mutter abhängig? Ja, sie ist Stoff abhängig. Welcher Stoff? Der Ramadan-Stoff. Ja. Die wird bald Muslima. Das kann sie. Mashallah. Shukran. Ja. Ja. Hydea. Ja. 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 Mein Mann kommt mit dem Auto, wir brauchen schon neben uns stehen. Du musst weit weg von uns laufen. So, jetzt schnell weg. Jetzt kaufen wir noch den Vogel, oder ich kaufe noch zwei Vögel, zwei Weibchen, weil wir haben eh, glaube ich, Überschuss. Keine Ahnung, weil die sind so hübsch. Schnell weg. Kommt der hinter uns her? Ja, aber die sind auch so. Brauchst du noch irgendwas? Was ist da drin? Wellensittichen. Natürlich. Ich bin immer am zu gucken, jeden Tag. Wie cool. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, wenn man gerade auskommen wird, dann. Wie viele haben wir? Guck mal bitte. Ist immer so. 20 nach 3. Oh oh. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wohin? Entweder hier. Ja, und jetzt links. Hier oder hier runter. Stimmt, und hier war die Polizei. Ja. Und da oben war der Wachteschob. Ja. Haja, wir wissen es doch wieder. Aber jetzt will ich keine Wachteln mehr. Leave me alone. Jetzt will ich Hasen verchecken, aber die wollen es nur zum Schlachten und das will ich nicht. Ja. Ich wollte es in den Shops verkaufen für die Liebhaber, aber dann verschenke ich es lieber im Dorf. Mach gut. Hat das Fleisch gar nicht so gerne. Nee, der isst es nicht. Nur die Kinder und ich. Ja. Und auch die Schwiegermutter. Das Fleisch ist sehr lecker. Ja, die Schwiegermutter. Keiner isst es. Außer... Sein Auto hinter uns sagt doch. Außer die, na klar. Die isst Kaninchen. Von allen sechs Kindern. Jetzt müssen wir gucken, hier oder da. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube hier. Ja, hier. Super. Boah, ist das heiß in der Sonne, gell? Ja. Du schwitsch. Du schwitsch. Aber ich schwitsch auch nicht so arg. Es geht. Ach, mal schöne Sachen hier. Irgendwie sind wir trotzdem falsch. Aber wir laufen dann zum Zooladen. Hier ist die große Straße, wo Mahmoud uns abholt. Und ich denke, entweder rechts, äh, links oder rechts müssen wir zu dem Vogelshop. Ja, ist ja klar. Schau mal, das ist ganz hell. Die hat kein Kopftuch an. So, jetzt mal wieder Pause. Der Labina, das waren alles Jungs. Schade. Mahmoud schon auf der anderen Seite. Oh, mein Wasser habe ich stehen lassen. Ah, schade. Guck mal. Von hier ist die Sindi. Von hier habe ich die Sindi gekauft von dem Shop. Und du hast schon die Nüsse verfüttert. Haja. Komm, wir müssen rüber. Die Gige. Run, run, run. Ja, kein Problem. Das war noch nie so chillig wie heute. Haja, super. Hat es doch geklappt alles. Boah, was ist das jetzt hier? Zwiebel? Ne, was ist das? Eine Bruch? Nein, das ist... Ist wo er, die? Top. Ha? Top. Das kenne ich gar nicht. Frag mal, mach Mut. Top. Hast du das? Das habe ich noch nie gesehen. Du? Top. Hallo. Hallo. Ah, the nice birds all duckers, so I don't bring one. Und eine gelbe einfach so wollte ich nicht kaufen. Aber er war mehr günstiger als in Nagahamadi. Wie viel? 150 Euro. Was ist ein niger Pfund? 350 Euro. Klauze die... Alhamdulillah. Take care. You bring the... Guck mal. Oh, der hat beide gefunden. Super. In the same shop? In the same shop. Ah. Aber das bezahle ich. Ah, ah. Ja. 23 Pfund. Habipti. Jetzt machen wir uns den Toast für 80 Cent. Hör auf. Wir haben heute... So nice. She want to give you the money for the 23 bucks. Next time. Next time. Next time. Harmen macht move. Harmen macht move. Harmen macht move. Jetzt kommst du in den High... Highjet... Nee. Go Bus High Condition. Genau. Für 4 Uhr und 400 Pfund. Genau. Aber... Super klasse mit Bildschirm, Television. Mit Bildschirm und grössere Sitzplätze. Und grössere Sitzplätze. Für 4 Uhr und 400 Pfund. Ah. Ah. Also... This go... Normally go... Hey, to Luxor. Ah. And this... I think I come back from Luxor. I don't know. I have two. The other one is on the 7 o'clock in the evening. But the same from the... In the morning. Yeah. And it's very late. On the 7 o'clock. Yes. In einer Minute. Chick. Weg. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Machst den Text. Für mehr Klicks. Mahmoud schickt mich. Ich soll das Ticket jetzt von ihr nehmen und nach Urgada fahren. Und er nimmt die Magnuna. Und ich geh zum anderen da. Zum Jonas. Genau. Sag ich nein. Ich will nicht ins Aladin. Und ich hab gedacht, er will nach Urgada und uns beide loswerden. Nein. Du hast ja noch... Ich hab gesagt, gib mir 100 Pfund. Sonst mach ich das Holz gesit. Hush up face. Dann sagt er, mach doch. Dann hab ich gesagt, ach kann ich machen. Du hast ja noch die zweite Frau. Ja, gib mir das Ticket. Sag da. Sag mal. Give me the 100 pound. Ich kauf nämlich jetzt eine Frau für Mütze und ich kauf noch einen anderen Vogel dazu. Und das ist so, girl. Also was ist das Assafur auf der Ticket. Ausfura. 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 What you are so low? I am right there. But we have 20 minutes time. We can buy now the Assafur. Assafur. What? We cannot go and come back in a Ticket, okay? Okay? Now the show, in Nine Minutes. In Nine Minutes. Ich ja. On the bus. U. сказала, okay. Für die Klicks, girl. Boa dann. Klicks, you touching your husband. Für die Klicks, tu mal die Frau. Du kannst die Frau verändern, was passiert ist. Und weißt du, wie oft mein Mann so macht mit dem Kopf? Du guckst zu viel Bollywood. Dann wackelt er so mit dem Kopf. Make with a head like the Bollywood. I say this, Annie. Yes, you said it. Give her the ticket. Gib mir das Ticket nach Horgada. Und du kommst mit ins Dorf. Das weißt. Du machst aber dann auch das Hash-Up-Face bei ihm, oder? Mit Nona. Ich habe auch das Hash-Up-Face. Sie hat auch das Hash-Up-Face. Schau, ihr Gesicht ist Hash-Up-Face. Ich lerne. Ich lerne. Und Fausi? Fausi-Face. Zambai Mok. Das gibt viele Fausen. Oh, die Sheila. Ja, die. Dann gehst du zusammen. Ich verkaufe eines für 410 Pfund. Wer will, zum ersten, zum zweiten. Das Ticket. Das ist jetzt das Alte. Das ist der alte. Ah, du gehst nach Horgada? Schau mal, wie wir es nehmen. Bitte, nicht accident. Das ist wahr, Mahmoud. Ich habe mein Passport, ich gehe. Geh zusammen. Wir gehen zusammen. Geh zusammen, wenn ihr beide Holzgesinnen habt. Ich habe ein Kasha-Face im Ausweis. Sag mir schön. Masha Allah. Kasha-Face. Keine Wochenende. 200, one way. Ja, vor Back ist Stanley, schau. Schau mich. Ja. Oh, nein. Warum? Ah, es ist Mark Cruz. The better bus, more air-condition. Better seat, bigger seat. And one cinema for me alone. Don't say something, this is good. You cannot close your eyes. No, maybe. What close your eyes? Rotana Cinema. Advertising. Advertising. In the TV. Very good movie. In English and Arabic. Really? In Arabic normally. You understand Arabic? No. 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 Ich gucke immer Arabic. Verstehe ich Arabic? No. No. Aber ich gucke den Film. Du siehst, ich erzähl dir. Heute liefst du viel mit dieser Meilani. Melli. Magnuna. Es ist einfach. Aber es war super. Es war so schön. Es war so schön. Oh, ja. 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 Oh. Like you throw against the Mahatta. Wenn du gegen Kissen schlägst, weißt? Oh, der Mahatta, ja. So ist es, wenn ich mich... Endlich mal... Rauslasse, weißt? Was? Nicht immer so ruhig und lieb und utsalam. So ugly. So ugly. Not. But with a girl out together, it's more fun. Like, wenn der Ehemann daneben ist, ist es nicht so lustig. Dann guck, das sind alle... All the people full serious, like... No, no, no. Respektabel Und wenn wir kommen Michael Jackson kommt Hi, hi, hi Hi Not so much Und du warst so lustig Hi, hi, hi Guten Morgen Meja, Meja, Gameja Und wir haben Stoff gekauft Aber kein Eingenommen Es sind keine Schabos Und die hatten nur noch 5 Minuten Zeit Um zu warten Genau Also ich hoffe du kommst bald wieder Nach Kena Oder wir nach Hurghada Irgendwie wird das gehen Aber hier ist lustiger als in Hurghada Weil die Leute hier kennen keine Touristen So viele wie in Hurghada Da ist es nicht so lustig Oder nach Hamadi Nach Hamadi Oder du schläfst bei uns Das habe ich dir ja gesagt Du kannst gerne kommen Was meinst? Die freuen sich voll Du kannst mal bei uns übernachten Sie sind jetzt schon gegangen Obwohl die Resten sind Nein, die kommen immer zu spät Wir warten hier Da gehen die zwei jetzt nach Hurghada Na ihr zwei Tschüss I take the car at home Mach Mut geht jetzt mit ihr nach Hurghada Bye Bye Tschüss Viel Spaß Vergesst Vergesst das rasch ab Gesicht nicht Mel Immer böses gucken Genau so Immer so sein Dann liebt er dich Go Buzz Das war's Also das war's mit dem Video Mel Wir haben uns schon geküsst Einmal guck mal Aircondition Feen 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 Okay, guck mal Ich guck auch mal Guck mal hier 400 Pfund da Guck mal Das sind große Sätze Das ist sogar meine Hier? Dann seh ich dann die Nummer nie Das seh ich nicht so auf Das steht eigentlich nur auf der Seite Hier Raka mit Neen Feen Feen Guck mal, das ist doch super Platz da Das ist der beste Platz Aha, one Munkendee Dann, ey, wenn du hier sitzt, das ist das Beste Aha, Henna Two Ah, really? I think Wow, du hast den beste Platz So, das ist der beste Gott, tschüss, tschüss, nimm den Mann Ich bleib hier Gib mir deine Tasche Gib mir deine Tasche Gib mir deine Tasche Ey, schuf bei denen Echt wirklich super Ich weiß nicht Ich weiß nicht Mach Mut Mach Mut Ask them Which number they have Ach so, der Bus Driver Okay Verlass Guck mal Ist auch cool, guck mal Masha Allah Da ist er da, sein Lieble Stimmt, du brauchst was zum trinken Ayo, bring, bring, bring Hast du? I have two And you make break anyway Ja Ihr macht ja auch Pause Hier gibt es auch ein Klo, gell? Ja Also, super Habibdi, I love you See you next year Inshallah Habt eine schöne Zeit Wir fahren Wir holen jetzt die Fägel Der denkt nur ein Vogel Ich kaufe zwei Ciao Ciao Gute Fahrt und melde dich Wenn du zuhause Äh, wenn du im Hotel bist Ja Verlass Und sag Khaled Mischmuschgela Liebe Grüße an Jonas Tschüss Verlass Verlass Schukran We stay and wait Or we go How it is Baja, 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 baja Ach, die fahren jetzt los Okay, der kriegt noch eine Affe mit Äh, Entschuldigung Eine Banane mit, der Busfahrer Aiva Sage ja Der kriegt noch eine Banane mit Leave me alone Was mehr wieder Ich hab noch Affen im Kopf Also, das war's Mit dem Video, meine Lieben Bis die Tage, Muslima Boy, boy My love